Hallo, ich bin's der Matthias. Heute habe ich vor, meine indische Riesen-Kulislandbäderin zu füttern und ihr könnt dabei sein. Sie hat die kleine Spinne schon im Visier. Den Augen der Kulislandbäderin geht nichts. Und dann schlägt sie zu. Es gibt kein Entkommen mehr für die Spinne. Dann wird die Spinne genüsslich gefressen. Da sieht immer etwas brutal aus bei den Kulislandbäderinnen. Aber so ist die Natur. Ich lasse die Kamera auch noch etwas weiterlaufen, dann könnt ihr die Kulislandbäder noch beobachten während des Fressens. Also wie immer mein Spruch. See you later. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.